Leute, ich komme gerade von der GFK-Jahrestagung in Steierberg zurück und ich will euch sagen, dass ich total dankbar bin, ja, dass ich mich da total wohl gefühlt habe. Und manchmal frage ich mich schon, sag mal, hey, bin ich krank oder was? Bin ich total Psycho, weil ich so als Wolf mich mit den Giraffen so wohl fühle oder was? Ja, das ist so, da fühle ich mich so, da bin ich so angenommen, ich fühle mich so zugehörig, das ist so schön. Und dann denke ich manchmal, ja, sehen die denn gar nicht, dass ich ein Wolf bin? Die, 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 die tun so, als ob ich eine Giraffe wäre oder was? Oder ist denen das egal? Das geht schon so weit, dass ich manchmal, dass ich manchmal selber anfange, in Gefühlen und Bedürfnissen zu reden. Total komisch, weiß ich, weiß ich gar nicht, was ich damit anfangen soll. Naja, egal, jedenfalls bin ich, bin ich echt total dankbar. Und ich möchte nächstes Jahr wirklich, wirklich, wirklich gerne wiederkommen, wenn ich darf, weil das so schön war. So als Wolf, unter lauter Giraffen. Äh, darf ich?